hallo hier haben wir ein komplett paket von der firma heim das beinhaltet eine repetierbüchse sr30 dann haben wir hier ein holz lochschaft ohne backe dann ist da ein ziefernrohr drauf ein zweieinhalb bis 15 mit parallaxenausgleich leuchtabsehen und das nennt sich hier so kann man sehen professor optik hört sich so ein bisschen nach kirmes an aber ich habe gerade schon geschossen also das bild ist klar und deutlich dann vorne an der mindung befindet sich ein h2 schalldämpfer von der firma atek schließe hier mit geko hier haben wir die scheibe und jetzt wollen wir gucken wo dieses schöne komplett paket hinschießt die waffe hat hat spannung geradezug ja nicht schlecht eigentlich und jetzt wollen wir mal gucken wie sie so schießt so der schluss mache ich ganz schlechter eine ist mir vielleicht ein bisschen rechts rausgegangen einmal genau in die 10 10,5 und dann haben wir eine 9,9 bisschen rechts und das bild ist auch nicht scharf so ja kein schlechtes angebot solides gewehr das passt